Na, dann hätten wir zumindest dieses absurde Zusammensitzen gemeinsam erlebt, antwortete Fred. Ihre Blicke trafen sich erneut, ehe Hermine sich entschied, ihren Kopf an seiner Schulter abzulegen. Schweigend rauchten sie weiter, bis der letzte Zug getan war. Dann schwiegen sie weiter. Irgendwann fing Fred an, über Hermines Hand zu streichen, einfach, weil es sich gerade richtig anfühlte, und sie zog ihre Hand nicht weg. Stattdessen, zumindest glaubte er es, rieb sie ihre Stirn an seine Schulter und drückte noch etwas näher, bis ihr Kopf halb auf seiner Brust, halb auf seinem Schlüsselbein zum Liegen kam. Fred, irgendwie ist das doch alles sehr seltsam mit uns. Ich hatte dich nie gefragt, weshalb du ausgerechnet mich letztes Mal gefragt hattest. Wieso nicht George? Der wäre doch am naheliegendsten. Angestrengt versuchte sich Fred zu erinnern, was letztes Jahr los war, dass er tatsächlich eben nicht auf George zurückgekommen war, sondern auf sie. Ausgerechnet sie. George und ich hatten einen Streit an jenem Abend gehabt. Erinnerst du dich an die Wette mit Beckman? Und dass er uns mit dem falschen Gold bezahlt hatte? An diesem Abend war es weg gewesen und hatte George und mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und das war irgendwie in einem Streit geendet. Und tatsächlich hatte ich es mit ihm ausprobieren wollen, nachdem klar war, dass Lee zwar den Mumm gehabt hatte, es zu besorgen, aber niemals so ein Quatsch ausprobiert hätte. George und du? Ihr streitet doch nie! Warf Hermine leise und erstaunt ein. Dabei hob sie ihren Kopf, ohne aber den Kontakt zu ihm zu unterbrechen. Er schaute runter und fand sich plötzlich sehr nah an ihrem Gesicht wieder. Es wäre ein leichtes gewesen, sie zu küssen, aber das war hier nicht das Thema. Sie wollten herausfinden, was hier gerade passierte und sich nicht ablenken lassen. Trotzdem konnte er nicht umhin zu bemerken, dass sie in dieser Position besonders liebreizend aussah. Ihre Augen leuchteten im schwachen Kerzenschein und eine dunkle Locke lag auf ihrer schimmernden Wange. Wir streiten, wir streiten dauernd. Erinnerte er sich an ihre letzte Bemerkung und riss sie von ihrem Anblick los. Wir zeigen es nur niemandem. Unsere Stärke ist, dass wir immer als Doppelpack auftreten. Da trauen sich auch die Slytherins kaum, gegen uns aufzumucken. Außer der Schwachmaten Malfoy vielleicht. Aber wenn alle Zauberer weg sind... Zuschauer steht da... Aber wenn alle Zuschauer weg sind, kabbeln wir uns schon recht häufig. Was erwartet man denn auch? Wir sind beide mit Temperament für eine ganze Horde Zentauren ausgestattet und hängen die meiste Zeit des Tages zusammen rum. Nichts geht über George, aber manchmal ist er einfach nur ein riesiger Nervenbolzen. Und glaub mir, er wird dasselbe über mich sagen. Hm, na gut, sagte Hermine und strich dabei sanft über seinen Unterarm. Er versuchte es zu ignorieren. Das würde erklären, weshalb nicht George. Aber es erklärt nicht, weshalb dafür ausgerechnet ich. Äh, ehrlich gesagt, du warst die Einzige, die noch wach war. Ja, und ich hatte an diesem Abend das dringende Bedürfnis, etwas Dummes anzustellen. Glaub mir, niemand war erstaunter als ich, als du zugestimmt hattest. Apropos, wieso eigentlich? Ich hatte dich nicht für so jemanden gehalten. Sie hielt mit ihren streichenden Bewegungen inne, doch ihre Hand ruhte weiterhin auf seinem Arm. Ein kurzer Schauer huschte ihm über den Rücken und er fragte sich kurz, ob es an dem zugegen Ort oder ihrer Anwesenheit lag. Oder an dem Kraut. Auch ich hatte mich gestritten. Mit Ron. Und fragte mich bloß nicht, worum es ging. Ich weiß es nicht mehr. Aber die Vermutung liegt nahe, dass es ums Lernen ging. Ich glaube, ich hatte an jenem Abend einfach spontan etwas tun wollen, was... Was? Was die ach so brave und strebsame Hermine eigentlich nicht machte. Und wenn wir schon dabei sind, das ist vermutlich auch der Grund, weshalb ich meine Nachforschungen eingestellt hatte. Es war Bestandteil eines Lebens, das ich normalerweise nicht führe. Hätte ich alles über dieses Kraut herausgefunden, ich hätte mir damit irgendwie selbst eingestehen müssen, dass ich es wirklich gewollt hatte. Dass ich wirklich nicht so brav und strebsam bin, wie ich mich gerne darstelle. Sie schwiegen wieder, bis Fred plötzlich fragte. Bis Fred plötzlich sagte. Ich bin froh, dass du ja gesagt hattest. Der Abend, die Nacht, war wirklich unglaublich. Ich kann mich an keinen einzigen Bestandteil unserer Unterhaltung erinnern, aber ich weiß noch genau, was für einen Spaß wir hatten. Wie viel wir gelacht hatten. Wie viel... Was? Wie, wie? Wir? Viel? Da steht wir viel, aber so wird wahrscheinlich wie viel geheißen. Wie viel... Wie viel wir gelacht haben. Und du hast ein wundervolles Lachen. Ihr sanftes Kichern verschwand in seinem Shirt, als ihr Gesicht darin verbarg. Sein Arm hatte sich längst um ihre Taille geschummelt und zog sie noch näher an sich heran. Ihr Lachen erstarb und sie schaute wieder hoch, fand wieder seinen Blick und diesmal unterbrach niemand von ihm, unterbrach niemand von ihm den Kontakt. Fred fühlte sich seltsam angekommen und als er ihre Hand auf seiner Brust bemerkte, legte er seine Hand auf ihre. Es dauerte ewig, bis sie sich auf einmal räusperte und etwas Abstand zwischen sie brachte, wenn auch nicht viel. Ihr Kopf landete wieder auf seiner Schulter, ihre Hand blieb aber in seiner. Ich bin auch froh, dass ich dabei war. Die Erinnerung, wenn auch verschwommen, will ich nicht missen und auch wenn ich das Jahr darauf komisch war und das hatten wir schon, wollen wir uns nicht darauf einigen, diesen Sommer zu vergessen und uns lieber an den davor erinnern? Bin dabei, murmelte Fred und fing an, mit ihren Haarspitzen zu spielen, die zwischen ihrem Rücken und seinem Arm lagen. Merkst du schon was? Merkst du schon irgendwas? fragte sie dann und bewegte sich das erste Mal seit einer gefühlten Ewigkeit von ihm weg. Sein Arm kribbelte. Ich bin mir nicht sicher, hauchte er, als er einmal in sich gegangen war und nach einer Veränderung suchte. Ich fühle mich weder erheitert noch besonders verängstigt, nur matt. Auch keine Trauer oder unerwartet leidenschaftliche Gefühle? neckte sie ihn. Er lächelte. Nicht mehr, als auch schon vorhin. Wie meinst du das? fragte sie lauernd und schob sich über den Boden, sodass sie nicht mehr neben ihm, sondern jetzt vor ihm saß. Ihre Locken fielen über ihre Schulter und ihre Brust. Eine Locke hatte sich im Aufschnitt ihrer Bluse verfangen und zog seinen Blick wie magisch an. Ich meine damit, antwortete er, nachdem er sich endlich zur Ordnung gerufen bekam, dass ich mich nicht trauriger oder leidenschaftlicher fühle, als noch vor einer halben Stunde. Aber ich kann auch nicht abstreiten, dass ich beides empfinde. Du empfindest Trauer und Leidenschaft? Gleichzeitig? Jetzt? Hermine wirkte irgendwie nervös. Auf jeden Fall nicht mehr so apathisch wie noch vor wenigen Augenblicken. Ja, ich bin traurig, dass wir so viel Zeit mit Streiten verbracht haben. Und wer bei dir keine Leidenschaft empfindet, bei dem muss gehörig etwas kaputt sein. Also natürlich ich. Ihre Lippen schnitten ihm das Wort ab. Das kam überraschend. Wie erstarrt ließ er den Kuss über sich ergehen und konnte nicht einmal anfangen zu reagieren, als sie sich auch schon wieder zurückgezogen hatte. Also besonders leidenschaftlich war das aber nicht, kommentierte sie trocken und versetzte ihn und versetzte ihn in absolute Sprachlosigkeit. Und dann musste er lachen. Komm her, du Weibstück! Komm her, du verrücktes Weibstück! Ich zeig dir meine Leidenschaft! grinste er und umschloss ihr Gesicht mit beiden Händen, um sie wieder zu sich zu ziehen. Sie wehrte sich nicht, sondern kam ihm fließend entgegen. Der nächste Kuss zog sich in die Länge und endete in einer in einer Verkeilung von Armen und Beinen und einer Menge Locken in Freds Mund. Dass die aber auch immer im Weg sein müssen, stieß Hermine frustriert aus und strich sich resolut die Haare hinters Ohr. Da saßen sie nun, sie halb auf seinem Schoß, der Boden unbequem, der Boden unbequem hart unter ihnen. Unbehaglich merkte er, wie ihm das Blut schon längst in die Körpermitte geflossen war und fragte sich, ob sie es auch bemerkt hatte. So anmutig, wie sie sich an ihm gerieben hatte, vermutlich schon. Aber sie ließ es sich nicht anmerken und machte zumindest keine große Sache daraus. Was passiert hier gerade? fragte sie plötzlich nüchtern und rückte etwas von ihm ab. Wir knutschen wieder einmal. bemerkte er amüsiert. Doch diesmal erwiderte sie sein Lachen nicht, sondern stierte nur verwirrt zwischen ihm und der Tür und dem fast vergessenen und dem fast vergessenen Päckchen Kraut hin und her. Aber inwieweit ist das Kraut diesmal daran beteiligt? Es ist immer noch nichts zu merken. Und ja, Leidenschaft hin oder her, es ist trotzdem keine unglaubliche Steigerung zu bemerken. Ach, warf Huert ein, soll das heißen, dass du das auch schon vorher gespürt hast? Augen verdrehen drückte sie wieder näher an ihn heran und ließ dabei viel zu anmütig und ließ dabei viel zu anmutig ihre Hüfte über seinen Schoß kreisen. Natürlich, du Idiot. Es ist ein Wunder, dass nicht schon halb Hogwarts sich sauernd auf dich gestürzt hat. Ist dir nicht bewusst, wie verdammt attraktiv du bist? Das muss dir doch bewusst sein. Hätte ich auch nur ein, hätte ich auch nur ein Funken weniger, angeknackstes Selbstwertgefühl und dafür etwas mehr Schamlosigkeit, ich hätte mich schon letztes Jahr an dich herangeschmissen. Oho, kommentierte Fred das, ohne es wirklich glauben zu können. Doch Hermine sah aus, als wäre es ihr Ernst. Nichts Oho, du Blödmann. Spiel es nicht runter und verkauf mich nicht für dumm. George und du, ihr seid mit die witzigsten und charmantesten Jungs hier an der Schule. Das geben sogar die Slytherin-Mädels zu. Eigentlich müssten sie euch doch scharenweise die Tür einrennen. Aber ihr habt nur Augen für Quidditch und eure dämlichen Scherzartikel. Kaum zu glauben, dass ihr wirklich Hormone in euch haben sollt. Aber das tut gerade nichts zur Sache, denn ich wiederhole nur Tatsachen, die, die jeder, die, 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 die jeder sagen, die, die jeder sagen kann. Was ich aber, was ich aber bisher niemandem gesagt habe. Ich finde die schon seit geraumer Zeit ziemlich toll. Und dann hattest du ausgerechnet mich gefragt, ob ich mit dir etwas Verbotenes tun wollte. Und natürlich hatte ich Ja gesagt. Wie hätte ich etwas anderes sagen können? Und auch beim zweiten Mal, obwohl ich mich so geschämt hatte und dir das Ganze ja aus dem Weg gegangen bin, konnte ich unmöglich Nein sagen. Du bist wie... Diesmal unterbrach er sie mit einem Kuss. Erst, erst, als er sich sicher war, dass sie vergessen hatte, was sie hatte sagen wollen, löste er sich wieder von ihr. Das ist das Süßeste, was mir je jemand gesagt hat, weißt du das? Und Merlin soll mich holen kommen. Und Merlin soll mich holen kommen. Aber mir erginge... Aber mir erging es doch genauso. Und du bist, verdammt noch mal, Rons beste Freundin. Wie hatte ich da annehmen können, dass irgendwie mehr hinter der... dass irgendwie mehr hinter der ersten Knutscherei steckte? Wie hätte ich das wissen können? Missmutig und doch amusiert schauten sie sich an. Also stellen wir gerade fest, dass wir beide voll Trottel sind, versuchte sie, ihre Gemüter zusammenzufassen. Rohr... Wie sieht das schon Rohrn an, schon Ferd? Ferd konnte nur leicht... konnte nur... konnte nur... Ferd konnte nur leicht nicken. Klasse! Und anstatt... Und anstatt, dass uns dieses dumme Kraut dann zumindest beim zweiten Mal hilft, herauszufinden, was das wirklich mit uns auf sich hat, schickt es uns durch ein... durch einen Höllentrip von Paranoia und Angstzuständen, fluchte sie. Dafür klappt es ja jetzt, witzelte Ferd und wurde dann plötzlich ganz ernst. Oh Mann, wir sind wirklich blöd. Merkst du gar nicht, wie es schon lange wirkt? Es hat uns... es hat uns enthemmt und lässt uns über... und lässt uns alle unsere Gefühle frei heraus sprechen, ohne dass es uns unangenehm ist. Verblüfft runzelte Hermine die... verblüfft runzelte Hermine die Stirn. Du hast recht, erkannte sie und fing dann anschallend zu lachen. Wir sind wirklich... ausgesprochen blöd. Und dann küsste sie ihn wieder und wieder und erneut trennten sich ihre Lippen und er merkte, wie sie sich an seinen Schultern abstützte und ihn taxierte. Bedauerlicherweise ist das aber immer noch nicht hilfreich, um herauszufinden, was im restlichen Schloss passiert ist, dass uns plötzlich... dass uns plötzlich so viele eine Affäre andichten. Ach, Hermine, das sollte uns gerade wirklich egal sein. Bestenfalls spielen wir das... bestenfalls spielen wir das Spiel mit, dann gibt es keine Diskussion und wir schlagen dem Gerüchteverursacher alleine dadurch ein Schnippchen, dass er keine Gelegenheit mehr bekommt, alles aufzuklären und dafür gefeiert zu werden. Lass es auf sich beruhen und küss mich lieber. Abschätzend schaute sie ihn kurz an, ehe sie... ehe... ehe sie kurz lächelte. Na gut, sagte sie und küsste ihn wieder.